Oh, jetzt bin ich fast zu zweit. Ich wollte ja gerne nicht mehr aussteigen. Wir müssten ja den Film noch machen. Grüezi miteinander. Heute stelle ich euch den X3 30e Plug-in Hybrid vor. Er hat einen 2 Liter Motor Benzin gepaart mit einer 12 kWh Batterie. Er gibt eine Systemleistung von 292 PS. Eine reine elektrische Reichweite von bis zu 55 km. Kommt rein, wir haben schon genug lang gesprochen. Pytonic Blau mit dem Lederoister. Innen dran. Meine Damen und Herren, ich kann euch nur eines sagen. Dieses Auto müsst ihr live sehen. Könnt Zollis auf Appenzoll im Showroom. Wir freuen uns auf eurem Besuch. Euer Angelo McKinning.